Schönen guten Tag an die Leser des Deutschlandkurier. Wir haben diese Woche zwei große verteidigungspolitische Themen, würde ich sagen, im Bundestag. Das eine ist der Einsatz der Bundeswehr im Irak und das andere ist natürlich der große Themenkomplex Ukraine, auch Nord Stream 1 und 2 und so weiter. Ich will mal mit dem Irakeinsatz anfangen. Das ist die erste Lesung, diese Woche Freitag im Bundestag und den Irakeinsatz lehnen wir ab. Was machen wir dort? Wir sind in verschiedene Aufgaben eingebunden. Es gibt zwei Missionen im Irak, einmal unter dem Dach der internationalen Koalition gegen den IS und einmal unter dem NATO-Dach. Wir betanken dort Luftfahrzeuge und wir bilden auch aus. Hauptsächlich auf der Behördenebene, also wir bilden nicht auf taktischer Ebene aus im Irak, sondern auf einer höheren Ebene. Wie denken wir über diesen Einsatz? Wir sehen hier das Problem, das wir auch mit vielen anderen Einsätzen haben. Es ist kein richtiges Konzept da. Wenn über diesen Einsatz diskutiert wird, dann wird viel davon gesprochen, auf welcher Rechtsgrundlage wir da sind und es werden allgemeine Ausführungen zu der schlimmen Lage im Irak gemacht. Und die ist schlimm. Irak ist im Weltterrorismusindex auf dem zweiten Platz, schon länger auch. Aber wir haben ja kein Konzept, um das zu verbessern. Wir machen dann immer so ein bisschen was und das ist nicht nur im Irak so, sondern das war in Afghanistan so und das ist auch in Mali so. Man stellt fest, die Lage ist gefährlich irgendwo. Also machen wir einfach mal ein bisschen was. Aber was man eben sich nicht überlegt, können wir überhaupt einen positiven Effekt bewirken mit unserem Einsatz. Denn auch wenn im Irak noch keinem Bundeswehrsoldaten etwas passiert ist, ist das ein potenziell gefährlicher Einsatz. Und wir machen es einfach nicht länger mit, dass wir der Bundesregierung, beziehungsweise wir haben es noch nie mitgemacht, dass wir der Bundesregierung Einsätze durchgehen lassen, die einfach kein Konzept haben, wie sie überhaupt zum Ziel führen sollen. Von daher werden wir hier ablehnen. Der andere große Themenkomplex, Ukraine, Nord Stream, da sind natürlich viele Unklarheiten. In Deutschland ist man ja, wenn man sich die Medienberichterstattung anschaut, immer noch dabei zu prüfen, ob das irgendwie Sabotage war oder nicht. Also ist natürlich vollkommen lächerlich, selbstverständlich ist das Sabotage gewesen. Da ist kein Fisch gegengeschwommen gegen Nord Stream oder so. Und es fällt auch auf, wie wenig wirklich die Bundesregierung sich hier äußert. Also das ist ein Anschlag auf unsere Versorgungssicherheit, auf kritische Infrastruktur, ganz klar von einem anderen Staat. Wo sind da die Sondersendungen? Wo ist da die Regierung? Hier und da gab es mal ein Statement, das ist ja nicht zu vermeiden. Aber dass das jetzt das große politische Thema war, dass ein anderer Staat im Grunde genommen uns angegriffen hat. Unsere kritische Infrastruktur. Und wir kennen die Horrorszenarien, auf die es hinauslaufen kann, wenn wir nicht genügend Gas im Winter haben. Das passiert, wenn wir Teile der Industrie runterfahren müssen. Vielleicht für viele Wochen. Das hat massive Schäden für Deutschland. Und dass die Bundesregierung hier nichts macht und sich nicht bewegt, also das ist schon auffällig. Man muss da natürlich fragen, wem würde es am meisten nützen. Natürlich ist alles noch spekulativ, aber dass Russland die eigene Pipeline in die Luft jagt, dafür müsste man dann mal einen vernünftigen Grund nennen. Denn immerhin dürfte es ja das Kalkül Russlands gewesen sein, dass im Winter hier in Deutschland die Bevölkerung dann irgendwann fordert, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen soll, dass das Gas wieder fließt. Und das geht jetzt eben nicht mehr. Ja, ein Strang von Nord Stream 2 ist noch intakt, aber das reicht natürlich dann auch nicht, um das Gas zu liefern, das wir benötigen. Also das Druckmittel ist dem Russen aus der Hand genommen und da muss man jetzt mal erklären, warum Putin das machen sollte. Es gibt auch andere Verdächtige, die USA zum Beispiel, die sich schon immer massiv gegen Nord Stream eingesetzt haben. Aber unsere Bundesregierung traut sich hier natürlich nicht so richtig und das ist beschämend und zeigt, wie wenig man bereit ist hier wirklich unsere Energiesicherheit und unsere Souveränität auch zu schützen. Ja, zur Ukraine, auch da verschließt man sich so ein bisschen der Realität. Es ist schon die Gefahr da, dass dieser Konflikt eskaliert. Die Bundesregierung zieht sich immer darauf zurück, dass die Ukraine alleine zu entscheiden habe, wie weit die Rückeroberungen gehen sollen. Ja, ohne, und dann wird aufs Völkerrecht verwiesen, dass völkerrechtlich das alles Ukraine ist, was Russland da erobert hat. Das ist natürlich richtig, aber es gibt das Völkerrecht und es gibt die Realität und wenn die Bundesregierung das einfach außer Acht lässt und ihr vollkommen egal ist, ob vielleicht Russland dann eskaliert und irgendwann Nuklearwaffen einsetzt, dann muss die Bundesregierung das halt sagen. Dann wissen wir, woran wir sind, ja, aber diese Gefahr besteht und das mag einem vielleicht nicht gefallen, wenn man eine regelbasierte Ordnung durchsetzen möchte und dann erkennen muss, wenn jemand Atomwaffen hat, ist das schwierig. Hier muss die Bundesregierung sich ehrlich machen. Die Gefahr ist da und dass man so tut, als gäbe es das nicht und wir reden so ein bisschen drumherum und ziehen uns immer darauf zurück, dass Selenskyj alles entscheidet. Das ist kein verantwortungsvoller Weg. Hier erwarte ich von der Bundesregierung in Zukunft mehr Ehrlichkeit und dass sie einfach die Realitäten auch anerkennt.